Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Let's Play Desolate. Besser desolate als zu früh, oder? Genau. Oh, da gibt es eine Erkennungsmarke. Ah, cool. Ich glaube, die habe ich schon genommen. Oder gibt es noch eine, oder war das die Banane? Eine Bohrmaschine. Brauchen wir eine Bohrmaschine für irgendwas? Da war er noch nicht nach. Okay, dann lass es die Wahl. Könnte ich noch später wieder herkommen. Eine Erkennungsmarke. Danke. Miep? Was war denn das jetzt da? Ah, da drinnen gibt es ein Rezept. Okay. Na, da ist bei mir nichts. Hä? Okay. Das ist bei mir lala. Ja. Aber wenn du jetzt da einiges unterherstellen waffen. Oder alles. Wie komme ich ins Herstellen? Äh, Handwerk. Das ist das Werkzeug oben. Ah, da. Ja. Und dann kriegst du auf alles und dann nimmst du die Waffe. Und da kannst du verschiedene Waffen ja schon herstellen. Hm. Bei Waffe kann ich Trak, Adalasser oder Fackel herstellen. Gute Fackel haben wir jetzt neu. Okay. Einen Herzfresser gibt es auch noch. Und einen Adalasser hätte. Genau. Boah, der kostet 300 Bauteile. Ja, bist du narrisch. Und die Schachtel ist leer. Weil es bei dir fragt, irgendwas durchs Bild grennt. Ja, ja. Das taucht immer wieder bei Bausachen auf. Oh, da gibt es Kräuter. Und Wasser für dich, wenn du brauchst. Äh, momentan nicht. Okay. Obwohl ich könnte ein bisschen was auffüllen wieder. Ist ja keine schlechte Idee. Oh, da ist der Toaster. Den brauch ich aber auch auf einander nicht. So. Ich bin nur das mitnehmen, was ich brauch. So. Hallo. Servus. Bekämpfst du gerade jemanden? Ah. Hinter dir, Stefan. Ich geh immer mehr schnuppen. Ah, hinter mir. Ah, hinter mir. Ich geh immer mehr schnuppen. Ach. 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 Da. Nein, 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 nein. Okay. Willst du bitte mal sterben? Dankeschön. Meine Güte. Hast du da gerade gestorben? Pfanne. Buchweizen. Nimm mir mit. Schaufeln. Schaufeln. Auseinander bauen. Pfanne. Nimm mir mit, weil die brauch ich für irgendwas. So. Oh. Schaut jetzt gesund aus. Uiuiuiui. Ich bin im roten Bereich. Hm. Warte, hab ich was für die. Ah, ja, nimm das da. Schau. 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 Oh, ich soll es genau beim Fallen losen. Scheiße. Siehst du das? Oder nicht? Warte. Hä, wo ist das hin? Jetzt ist er mal weg. Hä? Da ist nichts mehr. Da ist nur sein Rucksack. Ah, warte mal. Ja. Ich habe es noch einmal aufgenommen und das bei der Straße weg. Okay. Hui. So. 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 Und wegwerfen. Bitteschön. Tabletten. Oh, dankeschön. So. Gleich mal eine ganze Packung Tabletten eingeschmissen. Oh. Oh. Pfeif aufnehmen, wir kommen. Wer kann, der kann. Ja. Ja. So. Da. Äh. Hoppala. Da. Du. Du. Sapsi, du. Dann haben wir die feste Haut mit. Kann man mit dem eigentlich irgendwas machen, mit der festen Haut? Ja, bessere Rüstung kriegst du nachher. Sapsi speichern nicht mehr mit. Keine Ahnung, was man mit dem machen kann. Ich glaube, das passt noch später für Medikamente. Unerträglich. Ah, bin schon wieder voll. Ja. Ich hätte irgendwie Hunger. Du hast Hunger? Ja, gerne. Ja. Dann komm zu mir, wer kann das so schnell laufen? Ich... warte mal. Kriegst du mal. Oh, trinken. Wer kann's? Trinken. Hm. Bitteschön. Hier. Ice for you. Ice for you? Oh, dankeschön. Eigentlich hat das Wasser eigentlich ja grad nicht so. Ja, appetitlich aus. Ja, du sagst das. Wird ihr dieses Wasser trinken? Schreibt's in die Kommis. Ihr Kommentarschreiber. Die Kommentare schreiben. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Ich geh... warte mal, wo gehen wir denn hin? Was können wir denn Neues reparieren? Und was wär in der Nähe? Alte Werksbank, Südrank, Kino. So ist... Wo ist unten? Metronom brauchen wir noch. Das Bügelheisen brauchen wir noch. Und wo ist... Wo ist denn der Vorstuhl? Der wär da oben. Keine Ahnung, aber wir hätt gern schauen, was in der Kiste drin ist beim Leuchtturm. Weil das zum Leuchtturm... Ja, dann gehen wir zum... Bei der sind wir 344 Meter entfernt von uns. Ja, dann gehen wir zum Leuchtturm hin. 340 Meter. Soll ich ein bisschen aufdanken wieder. Warte mal, ich geh mal aufs Messer wieder zurück. Ich will die andere Waffe nämlich noch nicht so sehr beanspruchen. Ok, warte, ich brauch grad eine neue Waffe gefunden. Dann wären wir die... 120... Na, die auf die... 3... Ha? Oh, ich kann's Messer nicht mehr benutzen. Wieso kann ich immer noch auf die 1 was auflegen? Na, ich würd das gern auf die... 3... Ha? Ha? Von was redest du denn überhaupt? Ich will... Ich will... Das... Wie kann ich die Waffen umändern? Ich glaub, das legt automatisch so hin. Ah, super. Ok. Gut zu wissen. Mhm. Ich hab jetzt nämlich ein Brecheisen. Mhm. Ich geh da grad drüber. Äh, warte mal. Wo bist du? Wo bist du? Da unten. Hier. Da unten? 15, 15? Äh. Wow. Ja, ich bin grad neben dir. Oh. Das ist ein böses Ding. Geht doch lang. Pfff. Soda. Wasser. Soda. Äh, äh, stopp, 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 da sitzen zwar. Ok, wir sind ja nicht angreifen. Ne, da war ich nicht. Ich möchte die falsche Tasten. Hallo? Ich seh den Leuchtturm. Ich hao. Kann man da überhaupt so hin? Auf dem Weg? Naja. Ja. Ohne dass wir sterben. Ja. Aber ja. Jetzt sind wir für gut österreichisch ohne dass wir krepieren. Aber ja. Weißen dann doch mal. Jaja. Wieg, 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 wieg? Mö, da. Oh, ne, wäsch. das andere quest ziel bist du jetzt da wieder hin hallo ich bin noch kurz stehen geblieben ich komm schon ich komm schon ich komm schon ich komm schon na jetzt juckt mir die nausen so jetzt hat sie aufgehört nein sie juckt noch immer da geil das ist schier auf dem Aukotor vor allem weil die nausen nicht sagt warum sie juckt hallo was ist denn du da für cooles style was für ein cooles style da in der hand ja was will ich in der hand ist ein Haken oder was ja es ist einfach nur ein Haken was ist denn da irgendein besonderen Namen so Fleischerhaken des bösen Omens oder keine Ahnung wie wir sind die Landschaft genießen da geht es weit runter ich bin da vorne hier unten fahrer 30 Meter ok ich bin beim Lagerfeuer ja wo ist das Lagerfeuer da wo ich bin 39 Meter auch der 30 Meter kann ich beim Lagerfeuer irgendwas machen ja das kannst du Fleisch und Braten ah cool dann mach ich mal ein bisschen was zum Essen für uns naja um ehhh h, 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 h I hier herstellen Einfaches Abendessen, zack, 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 leichter Imbiss, warum auch nicht, ein Kräutertea, warum auch nicht. So, hab bisschen was am Essen hergestellt. So, wollen wir da bleiben? Okay. Okay! 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 du kannst die kekse haben was er dabei hat im moment ich will gerade eine aubergine pflücken aber die lässt mich nicht so älter gekse ich benutze das kleid und kriege ein bisschen gesundheit zurück ja sind so nur 2,5 prozent aber besser als ein stein am schädel am stadt oder dabei geben kurz auf die straße da sieht man es leichter ein verband verband bleibt stehen sie sind verhaftet so jetzt da war auch was zweimal ist das schon aufgenommen er ist das runtergeflogen er muss das zweiter hin dann benutze mal deine sachen zweimal die salbe und einmal das verbändchen zur anmerkung versinkt jemand mal in die kommentare schreiben spielst du schlecht ich habe profi einmal zweimal das hergestellt das hergestellt das hergestellt war genug gekocht für heute aber da ist auch wasser ja brauchst du uns ja bitte wasser einmal so bitteschön wir können da nicht hergeben besser wie nix so ist es auf zum dumm des leuchtens wissen da haben sie ja nur zwei warte kann die tauschenlampe ausschalten ich brauch sie ja nicht mehr hoppala ich hab meine tauschenlampe eingeschalten gehabt sicher dass um nur zwei sind ja die sind gerade irgendwo aufgegangen hab ich es gerade vorher gesehen ich bin ja schon längst vorbei spazieren wir mal gemütlich hin gehen da zu unseren leichtum her und kräuter brauche ich was sind wir denn da banane und was zum trinken ist in der holzkiste drin was zum essen ist auch bei dir drin ok ich kümmer mich um den kümmer tut die um das eine wusste und die kiste das auch mal verleuchtet ist vielleicht kriegst du sie schon auf ja zwischen mal karotten flicken und dann in den leuchten kümmer rein hui vorausgesetzt die finden eingang eingang gefunden dann ab zur kiste verbandet bei daylight dann weiter rauf oh mein gott das geht hoch rauf hier kiste beim leuchtturm so verstärkte schachtel schauen wir mal was drin ist ok wir hätten einmal kaninchen dann einen dreifach haken eine mark 1 pistolen patronen und ein kleiner verbandskasten so müsste ich noch nur zu mir rauf kommen dass ich dir ein paar sachen geben kann zu heil dinge und so weiter für dein inventur ja bisschen was zum essen oder sowas gewicht verlieren und da ist ein mikroskop und ein altes schloss sammeln bleibt um sicher wir sind da sicher dabei heute ok dann passt er würde da jetzt nämlich die aufnahme beenden ok immer versuchen mit macht es äh lass mich kurz vorbei dankeschön ja moment bitteschön äh tschüss liebe grazhüpfer bis zum nächsten mal bei let's play die nahm aber egal tschüss schau mir da Bis zum nächsten Mal.